Derjenige, der sich das nicht anschaut, der ist es selbst schuld. Das war die größte Show, die ich bisher je gesehen habe. Sensationell, ich habe wirklich so etwas Perfektes bisher noch nicht gesehen. Ich bin total begeistert. Und dann auch noch diese riesengroße Elefant, also dieses Verwahnsinn. Die Lieder, die drin waren, Angelique Jo, Yusun Door, bekannte Songs, die drin waren. Voller Erfolg, tolle Show, Glückwunsch. So der Master überrascht, das ist der Hammer. Ich finde es super, ganz ehrlich. Super entertaining, also ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Also das läuft ja auf der Bühne überall in jeder Ecke irgendwas ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017